Liebe Anleger, liebe Investoren, mein Name ist Georg Tilg, ich bin Geschäftsführer der Captura Unternehmensgruppe und ich möchte Ihnen heute in diesem kurzen Video Antworten auf die häufigsten Fragen, Ängste oder Einwände zur Vermietung geben. Allererst beginnen wir mit Leerstand bzw. Mietausfall. Wesentlich wäre es, dass Sie bei der Mietzinsbildung wirklich eine marktkonforme Mietzinsbildung machen, sprich es bringt nichts eine sehr hohe Miete zu lukrieren über einen kurzen Zeitraum und dann einen langen Leerstand, sondern dauerhafte Vermietung mit realistischer, marktkonformer Mietgestaltung. Allgemein empfehlen wir, dass man zumindest fünf Prozent Mietausfall einkalkuliert, um wirklich dafür Sorge zu tragen, dass man nicht in der Wirtschaftlichkeitsberechnung diesbezüglich falsche Parameter ansetzt. Ein höchstes Risiko ist allerdings nicht von der Hand zu weisen, also das höchste Risiko des Mietausfalls ist nicht von der Hand zu weisen. Es ist sicherlich der gravierendste Parameter, wenn keine Miete fließt, dann hat das gesamte System einer Anlegerwohnung wenig Sinn. Das heißt, man darf und man muss diesem Risiko wirklich auch gegenübertreten und man muss auch darauf vorbereitet sein. Durch die richtige Auswahl einer Anlegerwohnung kann man klarerweise auch einen Mietausfall begrenzen. Das heißt, wenn Sie eine günstige Wohnung in einem Gebiet, eine günstige Wohnung in der richtigen Größe, im richtigen Gebiet, wo hoher Mietbedarf ist, kaufen, dann darf man auch davon ausgehen, dass diese langfristig vermietbar ist, beziehungsweise wenn Sie einmal einen Mieter haben, der seine Miete nicht bezahlen würde, dann könnte man dies mit einer sogenannten Mietausfallsversicherung auch absichern. Die würde dann im Zuge dessen einspringen, wenn der Mieter seine Miete nicht bezahlt. Die letzte Möglichkeit, die Sie haben, wenn Sie einen Mietausfallleerstand haben, dass Sie die Miete reduzieren und schauen, dass Sie durch das günstigere Angebot wieder zu einem neuen Mieter kommen. Was mache ich, wenn der Mieter nicht bezahlt? Allgemein empfehlen wir eine Subverwaltung, die wirklich ein sehr professionelles Management diesbezüglich hat. Das beginnt beim strikten Mahnwesen, das heißt, da gibt es keine, okay, wir warten, wir verstehen die persönlichen Umstände, sondern wenn ein Mieter nicht bezahlt, dann tritt das strikte Mahnwesen in Kraft, was auch klarerweise das Einfordern der Miete oder den Zeitraum, bis die nächste Miete fließt, drastisch verkürzen kann. Die Kaution kann auch für einen Mietersatz herangezogen werden. Der Mietvertrag ist aufgrund einer ausbleibenden Miete jederzeit kündbar, sofern das Mahnwesen richtig gestaltet wurde. Eine vorübergehende Stundung einer Mietung ist eine Option, aber würden wir wirklich da in dem Sinne als letzte Option sehen. Der Mieter richtet in meiner Wohnung einen Schaden an. Jede Mieter wird innerhalb des Mietvertrages eine Haushaltsversicherung vorgeschrieben, sodass solche Schäden zumindest über den Versicherungsschutz gedeckt sind. Darüber hinaus wird klarerweise eine Kaution herangezogen, wenn der Schaden dadurch abgedeckt werden kann. Wenn die Kaution nicht ausreicht, haftet der Mieter persönlich für alle Schäden, die passieren. Natürlich braucht man einen Mieter mit der dementsprechenden wirtschaftlichen Bonität. Die wirtschaftliche Gegebenheit eines Mieters wiederum wird über die Subverwaltung kontrolliert. Wenn die wirtschaftliche Gegebenheit nicht ausreichend ist, kann man klarerweise auch einen Bürgen für einen Mieter anfordern bzw. bestimmen. Darüber hinaus als letzte Option, wenn man sich nicht ganz sicher ist, kann man die Kaution bis auf sechs Monatsmieten erhöhen, sodass da eine gewisse Sicherheit vorhanden ist. Nächste sehr oft gestellte Frage, darf ich in meiner Anlegerwohnung selbst wohnen? Allgemein gibt es die Möglichkeit nicht. Es gibt eine Ausnahme, wenn der steuerliche Gesamtüberschuss erreicht ist, sprich, wenn ich dem Finanzamt in Summe bereits Gewinne anzeigen konnte, kumulierte Gewinne über die gesamte Laufzeit, wo ich diese Anlegerwohnung besitze, dann kann ich hergehen und sagen, aufgrund der steuerlichen Situation, drohen mir keine Rückzahlungen mehr. Ich kann in meine Anlegerwohnung einziehen. Das einzige, was zu berücksichtigen ist, die Untergrenze ist 20 Jahre, weil die Umsatzsteuer, die ich mir geholt habe, zu Beginn eine 20-jährige Vermietung vorsieht. In den meisten Fällen ist es aber so, dass man dieses Thema nicht andenken muss, weil Anlegerwohnungen selten auch das Bedürfnis eines Anlegers abdecken. Das heißt, es muss wirklich irgendein Grenzbereich sein, dass eine Anlegerwohnung auch zum Eigenbedarf genutzt werden sollte. Es sollte auch nicht vermischt werden. Darf ich eine Anlegerwohnung an meine Kinder vermieten? Auch hier allgemein nein. Ausnahme ist, mein Kind ist nicht mehr unterhaltspflichtig. Sprich, wenn mein Kind als Beispiel mit 20 einen Beruf ergreift oder mit 27 nach dem Studium in meine Wohnung einzieht, dann ist dies möglich. Es muss aber eine ortsübliche Miete wirklich bezahlt werden und fließen. Die muss einem sogenannten Fremdvergleich standhalten. Muss ich die Miete versteuern? Ja, klarerweise. Allerdings nur den Gewinn daraus. Abschreibungen und Ausgaben hinsichtlich der Anlegerwohnung werden meiner Miete gegengerechnet und der verbleibende steuerliche Gewinn zählt in den meisten Fällen bei natürlichen Personen zu Einkommensteuern, wird mit dem Einkommensteuersatz zu versteuern sein. Die ersten drei Jahre ist die Summe des Gewinns extrem gering. Sprich, das sind eher höhere Ausgaben. Das hat meinen steuerlichen Vorteil. Allgemein ist es aber so, dass Mieten grundsätzlich von der Sozialversicherung, also Gewinne aus Mieten von der Sozialversicherung befreit sind, aber nicht als wirklichen Steuervorteil zu sehen sind, da Mieten ja zu versteuern sind. Zu guter Letzt, welchen Aufwand habe ich mit einer Anlegerwohnung im Grunde genommen keinen, weil sie ja die Möglichkeit haben und nutzen sollten, dies einer professionellen Unterstützung zuzuführen. Die Subverwaltung verwaltet ihre Wohnung, der Vermietungsmakler schaut das neue Mieter kommen, die ganze steuerliche Begleitung setzt sich mit den Themen gegenüber dem Finanzamt auseinander und die wirtschaftliche Begleitung hilft sie, wenn es irgendwelche wirtschaftlichen Veränderungen gibt. Es kann auch alles bzw. Teile davon selbst gemacht werden, wenn man diesbezüglich Erfahrung hat, wenn man das Wissen hat und wenn man es machen möchte. Es ist nicht vorgeschrieben, wir empfehlen aber eine professionelle Unterstützung diesbezüglich anzunehmen. Abschließend darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, dass Sie sich das Video bis zum Schluss angeschaut haben. Wir können Ihnen klarerweise mit Rat und Tat im Bereich Anlegerwohnung in der Pension jederzeit zur Seite stehen. Es würde uns freuen, wenn wir uns zu uns kontaktieren. Dankeschön.